storm eagle der stürmische adler aus dem norden ja ja es geht weiter dieses level schon ein bisschen anspruchsvoller als das von chill penguin aber sollte trotzdem kein problem sein okay ich habe es doch nicht mehr so gut in erinnerung wie ich dachte gehe ganz durch okay geschafft ach zu früh so ist schon besser okay hier links ist jetzt ein energie container genau das meine ich der ist dafür da dass wenn man keine energie mehr hat dann kann man ins menü gehen und dann kann man sich wieder aufladen aber vorher muss man ein paar energiekapseln einsammeln mit voller energie um ihn zu füllen zack ich weiß nicht ob das der sprung schon reicht deswegen gehe ich auf nummer sicher und macht das auch noch mal kaputt ja es hat gereicht egal so auf zur nächsten kapsel ja genau hier so hier ist ein helm für dich drin den du mindestens ne höchstens zwei mal in diesem ganzen spiel brauchst eigentlich voll unnütz aber egal ich brauche den um den um eine andere kapsel zu bekommen und ich glaube für einen herz container ne dreimal braucht man ihn glaube ich für einen energie container für einen herz kapsel und für ein upgrade naja so so woops oh man scheiß drauf komm auf zum boss so ok storm eagle oh gefährlich gefährlich was macht er jetzt wow oh shit getroffen nicht getroffen oh bin ich schlecht oh man das war nicht gut von mir ah er kommt schon wieder runter oh man nein okay jetzt war es das einmal getroffen aber egal nicht allzu schwer aber trotzdem viel Energie verloren egal das war es